Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch von Herzen schnelle und gute Besserung. Ja, ihr habt es vielleicht schon gelesen, Unterschrift, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, weil ich verstoße jetzt gegen eine Regel, ich fühle mich jetzt schon schlecht, aber ich werde es tun. Ich will wissen, wie fühlt sich das an, wenn man einen Adventskalender, der für die Adventszeit bestimmt ist, vorher schon anboxt. Ihr kennt meine Meinung dazu, ich finde das nicht gut, ich finde, das gehört sich nicht, aber man macht mal eine Ausnahme. Nein, jeder kann machen, was er will. Ich habe mir einen Edelstein Adventskalender bestellt, der ist sogar nur limitiert gewesen, Soul Spirit heißt, glaube ich, die Internetseite, wunderschön gestaltet. Und ich war gestern in Dortmund auf der Mineralienbörse und da habe ich den tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die das waren. Die war riesengroß, die Mineralien- und Edelsteinbörse. Ich habe mich riesig gefreut, es wird auch ein Edelstein-Haul geben. Aber definitiv, ich habe ein paar wunderschöne Stücke ergattern können, die werdet ihr vielleicht Mittwoch schon sehen. Ja, Mittwoch könnte klappen. Nichtsdestotrotz, ihr Lieben, es ist ja so, wie gesagt, ich, dieser Edelstein Adventskalender, der war jetzt auch nicht so günstig. Ich glaube, 54 Euro. Aber das ist meine Leidenschaft, auch meine Edel- und Heilsteine, ihr wisst es. Und das wäre, da werde ich euch dann mitnehmen, wahrscheinlich auf Instagram so. Oder ich zeige euch hinterher alle 24 Türchen nach Weihnachten halt. Aber jetzt hat meine Schwägerin, ihr wisst es vielleicht, letztes Jahr hat meine Schwägerin, will mir immer, die ruft mich dann irgendwann an. So ist es auch vor ein paar Tagen geschehen. Nadine, ich stehe im DM, such dir einen Adventskalender aus. Und dann las sie mir die, klar, ich weiß ja ungefähr, M.asa, Maybelline, Alverde, jeder bringt einen Adventskalender raus. Und da habe ich spontan einfach gesagt, okay, ich wollte eigentlich keinen, aber meine Schwägerin ist da sehr resolut. Da kannst du mich nicht gegen wehren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich, jetzt kommt Schwiegerpapa. Ist klar, die ganze Zeit kommt keiner. Jetzt kommt jemand. Ja, was gibt's? So, jetzt musste ich doch kurz unterbrechen. Der Schwiegervater hat eine wichtige Frage. Jetzt hat er mich ein bisschen rausgebracht. Ihr Lieben, ja, und dann habe ich Catrice gesagt. Meine Schwägerin ist da, wie gesagt, sehr resolut. Und ich habe gesagt, okay, Catrice. Es gibt wohl von Catrice, wie gesagt, ich gucke ja diese ganzen Unboxing-Videos nicht, weil ich das halt nicht so für richtig halte, wenn man im Sommer schon anfängt. Jetzt ist Oktober, aber generell halt ist das so meine Einstellung. Aber jetzt mache ich eine strikte Ausnahme. Sie übergab mir dann gestern feierlich einen Kalender und sagte dann schon Nadine, der ist irgendwie anders und da ist seitlich, ich habe den jetzt schon mal vorgeöffnet, seitlich, ich gucke jetzt nicht hier auf der anderen Seite, sieht man schon die Produkte. So, das ist von Catrice, der heißt Adventskalender DIY, hier steht und Christmas Collection 1 steht hier. So sieht der aus, ja. Der ist ziemlich schwer. Ich habe das jetzt mal vorgeöffnet, Moment, da ist so eine Folie und dann seht ihr hier oben schon, da kannst du selber machen, ja. Ich meine, wenn ich den jetzt verschenke an jemanden, dann sehe ich da einen Sinn drin. Aber ganz ehrlich, ich mache mir selber doch kein DIY. Wie gesagt, ich möchte mich überraschen lassen. Ich brauche, dann brauche ich keinen Adventskalender, wenn ich schon vorher weiß, was da drin sein könnte. Wo ist da die Überraschung? Und wenn ich auf irgendein Produkt scharf bin, dann kann ich es mir selber kaufen. Jetzt weiß ich nicht, was hier Christmas Collection Number One, ich mache das jetzt mit euch, weil dann, ich denke mal, ihr habt wahrscheinlich das schon gesehen, aber ihr wisst halt nicht, ich habe ja viele Catrice Produkte. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass hier viele Sachen vielleicht drin sind, die ich schon besitze. I don't know, wir werden es wissen. Ich breche jetzt einmal meine Regel, weil DIY, da stehe ich nicht drauf. Aber das konnte sie nicht wissen, sie hat einfach Catrice gesehen und hätte mir auch passieren können. Ich bastle aber keinen Kalender zusammen. Ich sage, Moni, kein Problem, ich mache da jetzt ein Video raus und einmal darf ich die Regel brechen. Einmal seht ihr jetzt bei mir hier ein Unboxing vor dem ersten Advent. Ja, wir haben jetzt den Oktober, den, was haben wir überhaupt? 16. Wir sind nah dran am Advent. Wir fangen an. Was ist das? Okay, das sieht man, was ist das? Tütchen. Ja, schaut mal, das ist der DIY. Also, die Zahlen habt ihr gesehen. Also, dann ist das gar nicht so eine große Sache. Aber das kann ich noch für andere Sachen gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt hier rauspicke, ich denke, ich werde vieles behalten. Wenn ich aber einiges schon habe, dann verschenke ich das weiter. Aber das finde ich klasse, weil das sind alles Tüten. Guckt mal, die sehen alle gleich aus. Sind auch relativ groß. Ich mache nämlich mit einer Freundin, wir machen auch, wir schenken uns auch mit einem Adventskalender, mit einem selbstgemachten. Da kann ich die benutzen. Wow. Ey, das ist, das ist genial. Da habe ich noch gar nicht so überlegt. Ja, da pinnt man sich hier die Nummer. Hier sind ja die Nummern von 1 bis 24. Genial. Weil sowas hatte ich nicht mehr. Ich hatte mal Tüten und die Hälfte war kaputt. Super, das kann ich benutzen für den Adventskalender. Dann braucht man das nicht einpacken für meine Freundin. Es sei denn, ich habe mal ein Produkt, was nicht in die Tüte passt. So, jetzt verstehe ich das. Ja, und jetzt, das war es dann auch schon mit DIY. Ich gucke jetzt nicht weiter hier rein. Ich ziehe einfach die Produkte raus. Also kann man sich das eigentlich selber zusammenwürfeln. Und das ist eigentlich auch nur Sinn der Sache, wenn man das jemandem verschenken möchte. Deshalb finde ich, habe ich jetzt gar nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, weil das ist DIY. Und wer weiß, vielleicht benutze ich das eine oder andere Produkt wirklich, um es meiner Freundin in den Adventskalender zu packen. Wenn du jetzt schon zuschaust, wahrscheinlich tust du es. Weißt du ja nicht, was überhaupt. Ich gucke jetzt an. Wir gucken einfach mal. Aber es kann ja auch sein, dass ich alles behalte. So, okay. Ich greife jetzt einfach mal rein. Also es geht jetzt hier nicht nach Türchen, weil das liegt, die Produkte liegen jetzt alle lose hier in dem Karton. Weil man sieht schon, oh, ein Nail Repair. Oh, das ist schön. Guckt mal. Ein Nagel Reparatur Lack. Den kenne ich jetzt so noch nicht. Ist vielleicht neu. Ihr wisst ja, ich trage im Moment UV LED Nagellack. Das ist so ein Oliv, so ein dunkles Grün. Es ist, ich finde die Farbe sehr schön. Die ist von Neonail, aber irgendwie, ich kann mich noch nicht mit so, seht ihr, das ist so ein ganz dunkler Oliv-Grün-Ton. Naja. Aber ich glaube, den werde ich irgendwie weiterleiten, weil ich ja im Moment sowas nicht auf meine Nägel packe. Das ist ein härtender und rillenfüllender Unterlack. Angereichert mit Glykolsäure und Juku irgendwas Öl. Ist nicht schlecht. Ein, ich sag mal, sowas ist nie verkehrt. Wäre jetzt nicht so wie ich gerade, aber irgendwann, irgendwann mache ich ja auch mal eine Pause, aber ich habe so ähnliche Lacke. Ist schön. Ja. Und ich habe noch ein Lack. Ich habe einfach reingegriffen. Also sind auch die Catrice-Lacke, klimaneutral steht hier drauf, sind, ich mag die Lacke. Ich mag die Fläschchen. Hier habt ihr die Kappe und die Farbe ist jetzt dieses Mint-Türkis-Grün. Finde ich jetzt für meine Nägel. Ich mag so eine Farbe für mich nicht. Deshalb werde ich denen wahrscheinlich auch dann weiter irgendwie verschenken. Das ist die Nummer 121, Mint-to-B. 121. So. Ihr könnt ja mal mitzählen, ob überhaupt 24 Produkte drin sind. Ich greife wieder rein. Okay, das wäre jetzt so, ja, mal wieder ein Lack. Jetzt habe ich ein Stäbchen. Also ich habe einen Plumping Lip Liner, Maxi Lip von Catrice. Einen Plumping. Plumping heißt doch so viel wie, ihr wisst, mein Englisch ist nicht so gut. Aber das heißt doch aufpolsternd, oder? Ah ja, das ist so ein weißer Stift. Schaut mal. Okay. Ich gehe da jetzt nicht dran, weil das benutze ich nicht. Plumping, Gedöns. Aber ich sage mal so. Ist das denn ein langanhaltener Lippen-Konturenstift? Okay. Mit Sederma für ultravoluminöse Lippen enthält er frischendes Minzöl. Och, hört sich doch. Wisch- und wasserfest. Mit Anspitzer. Ah ja, hier hinten seht ihr, haben wir den Anspitzer. Hört sich doch ganz nett an. Aber ich benutze, glaube ich, so etwas würde ich kaum benutzen. Deshalb möchte ich jetzt, es gibt bestimmt gleich ein Produkt, was ich dann mal mit euch swatche und teste, wenn ich weiß, das behalte ich auch. Aber das hier ist schön, aber damit erfreue ich dann jemand anderen. Nummer drei war das. Vier. Oh, einen Power Plumping Gel Lipstick. Oh, da weiß ich gar nicht. Diese Catrice hat, muss ich gestehen, viele, viele Lippenprodukte. Das ist die 040 Flower & Herb Edition. Okay. Plumping, also auch wieder was aufpolsterndes. Pumgrenate Flower. Da ist jetzt noch, der ist jetzt hier, das ist blöd. Ich gucke mal rein, weil hier oben seht ihr die Farbe. Seht ihr, das ist so ein helleres Rot. Ich will den jetzt nicht öffnen, weil hier ist noch ein Klebi drauf. Das will ich nicht kaputt machen, aber das ist eh nicht so dann meine Farbe, glaube ich. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich lasse ihn erstmal noch zu. Vielleicht, wenn ich es noch im Kopf kriege und sage, okay, weil ein Lippenstift, den ich jetzt einmal swatche oder auf meinen Lippen probiere, möchte ich keinem weiterreichen. Das ist nicht hygienisch. Aber ist ein nettes Produkt in einem Kalender. Als nächstes habe ich wieder ein Lippenprodukt und zwar einen Catrice Power Full Five. Eine Lip Care mit Hyaluron, Wassermelone, Gojibeere, Kukumba und Ginger. Oh, guckt mal, der hat auch so eine Pop-Verpackung. Ist kein Plastik, ist Pappe. Und ist die 010 Charming Rosé. Und den behalte ich. Das glaube ich schon. Charming, ein roséfarbenen. Der ist nämlich auch noch zu. Ich habe jetzt irgendwas hier so leicht eingefärbtes auf den Lippen von Essence mir eben drauf gemacht. Ich habe auch was Neues ausprobiert. Ich sage jetzt noch nichts, habe ich noch nie gemacht so was. Wenn ihr mich mal anschaut, fällt euch auf, was etwas komisch vielleicht ist und was ich das erste Mal ausprobiert habe. Also nicht den Haarreifen, ich meine wirklich was Geschminktes in meinem Gesicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Oh, das ist Rosé. Der ist aber sehr hell-nudig. Guck mal. Eieieieiei, aber gut. Ich swatch mal auf dem Handrücken. Ja, also der ist ein stabiler Lippenpflegestift. Oh ja, ein sehr, sehr helles rosa. Ist nicht zu flutschig, ein bisschen wachsig. Aber hat einen unheimlichen, seht ihr das, unheimlich tollen Glanz. Er hätte jetzt aber auch nicht noch heller, also ist noch, ist okay, aber ja, ist okay. Fühlt sich ganz okay an auf den Lippen. Von der Farbe her hätte er jetzt aber auch nicht heller sein dürfen, weil ich mag das nicht, wenn meine Lippen zu nudig, tot aussehen. Ja, kann man machen. Ginger, also hier sind nette Sachen drin. Ich kenne die Reihe gar nicht, Powerful Five. Okay, der kommt hier zur Seite. Ich lasse dann den hier zu, diesen Plumping hier, den reiche ich weiter. Das waren jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Nummer 6. Habe ich hier wieder einen Stift aus der Box gegriffen. Einen, oh, für die Augenbrauen war es glaube ich. Einen Brow Definer mit Brush Pen. Ein semipermanenter Augenbrauenstift mit ultra feiner Pinselspitze für natürlich aussehende Brauen. Vor Gebrauch schütteln. Ah, hört ihr das? Ja, das ist gar nichts für mich, für meine Augenbrauen. Aber ich wüsste jetzt auch niemanden, wer das, das sieht doch nicht natürlich aus. Ich wüsste aber, ich swatch den jetzt mal, weil ich kenne niemanden, der das ausprobieren möchte. Ja, es ist ein, so ein Braun, seht ihr? Ne, da weiß ich noch nicht, was ich mit mache. Ich glaube, der wird wahrscheinlich in die Tonne wandern. Ich kenne wirklich niemanden bei mir im Verwandten-Freundeskreis, der sowas benutzt. Benutzt ihr sowas? Long-Line, finde ich auch. Das ist, also ich finde, am natürlichsten sieht es, so wie ich es mache, mit Puder aus. Und es gibt so manche so Wachsmaler, ne, wie ich letztens hatte auch. Das ging auch mit der Bürste ausbürsten. Aber dieses hier, das kann ich mir nicht vorstellen, ist auch nicht, ist mir auch zu hellbraun. Naja gut, das wäre jetzt so ein Produkt, was ich nicht unbedingt brauche im Kalender. Kommt weg. Dann schon wieder was. Ach, den habe ich, glaube ich. Ich glaube, ja, den habe ich. Das ist von Catrice, hier mit der Wassermelone. Schönes, schweres Metall. Und zwar ein Watermelon Shine Glow Lip Balm. Sind aber viele Lippenprodukte drin. Ja, der ist ja auch zu, ja, der gibt so ein bisschen Farbe, aber ist auch mehr so für Glanz und Pflege auf den Lippen. Ja, den habe ich aber, meine ich ja. Ist nicht schlimm, kommt zur Seite. Aber jetzt haben wir schon drei Lippenprodukte. Als nächstes ist mal wieder ein Nagellack. Ist aber ein Peter Approved Vegan. Ach, das heißt, glaube ich, dass der auch auf jeden Fall hier tierversuchsfrei ist. Ist ein Orange, so ein wärmeres Orange. Boah, die Farbe ist schön. Bring me to Marokko, die 114. Aber ich trage so Orange. Klar, zu Halloween wird es jetzt passen, aber ansonsten trage ich eigentlich nie Orange. Bis ganz, ganz selten. Nee, den lasse ich auch mal für jemand anderen. Die Lacke sind gut von Catrice. Ich zeige euch gleich auch, wenn die, falls da noch ein Nagellack drin ist. Sonst die Bürstchen, die Pinselchen sind nicht zu schmal, nicht zu breit. Mag ich. Und schon wieder was mit für die Nägel. Einen Long Lasting Matt Topcoat. Okay, mit Matt habe ich es auch so gar nicht. Hatte ich mal früher so eine Geschichte. Ja, man sieht es schon. Das ist so ein milchiges Zeug. Ich meine, kann auch mal gut aussehen. 01 Matt My Day. Ja, den gibst du dir halt über den Farblack hier. Und dann glänzt er nicht mehr. Dann ist er matt. Ja, kennt jemand den von euch? Also ich brauche sowas nicht. Jetzt haben wir schon vier Nagellackprodukte. Das finde ich ein bisschen schon too much. Jetzt dürfte für mein Verhältnis nichts mehr kommen für Nägel. Mal gucken. Schon wieder so ein Ding. Hä? Plumping geht wieder hier. Wieder so ein Power. Da muss ich vielleicht doch mal einen testen. Seht ihr das? Also der war eben drin. Wo ist er? So ein rötlicher. Und jetzt haben wir hier... Ist auch die Flower and Herb. Der hat einen roten. Dann ist das irgendwie so ein Pink-Rosé-Ton, glaube ich. Schaut mal. Das ist die 0,20. Der Rote ist die 0,40. Und dann haben wir jetzt hier die 0,20. Wenn man hier so reinguckt, seht ihr das? Dann sieht das auch so pinky aus. Ich kann ihn ja mal aufmachen. Das heißt ja nicht, dass ich ihn benutze. Aber ich habe hier extra Misser mir hingelegt. Finde ich ein bisschen schade. Muss ich schon sagen. Das sind jetzt auch schon vier Lippenprodukte. Und zweimal hier der gleiche. Also eine andere Farbe nur. Okay, die Farbe könnte mir gefallen. So sieht er aus. Obwohl. Ich weiß es nicht. Hier ist er ganz ausgefahren. Da ist hier so eine, so eine, weiß ich nicht. Rebe, so eine, so eine Traube. Oder irgendwie sowas eingestanzt. Ich swatch den mal. Den rötlichen werde ich weiterreichen. Und den swatchen wir mal. Oh ja, der ist auch nicht so full. Nicht full Power. Ja, das ist, ist so ein bisschen pink. Haben einen angenehmen Duft. Aber ist nicht so meins, ne. Oh je. Ich dachte, der wäre nicht, käme nicht so. Naja, ich sage mal so, es geht noch. Aber ich weiß jetzt schon, den werde ich wahrscheinlich nicht oft tragen. Jetzt habe ich ihn natürlich benutzt, wa? Könnte ich höchstens meine Schwester fragen. Meine Mama trägt sowas auch nicht, glaube ich nicht, ne? Meine Schwester, glaube ich, auch nicht. Schaut mal. Oder es ist Gewohnheit, ne? Aber ich habe natürlich, ich muss sowieso, ich muss auch bei Lippenprodukten jetzt auch mal ausmisten. Also jetzt reicht es aber auch mit Lippe. Lippe sind jetzt viermal Lacke, viermal Lippe. Ja, den behalte ich, die Lippe hier. Das tue ich mal zur Seite, was auf jeden Fall, aber ja. Ist schon erschreckend irgendwo. Ich meine, Catrice, die haben ja auch, ich sage mal, ich weiß jetzt auch nicht, was der gekostet hat. Das geht mich jetzt auch nichts an. Den habe ich geschenkt bekommen. Aber ich wünschte mir dann auch mal, vielleicht kommt sowas ja auch noch, ich weiß nicht. Ich habe mir das eben nicht angeguckt, seitlich. Ich wünschte mir mal einen Bronzer, ein schönes Blaschen, Highlighter, irgendwie sowas. Ich greife rein. Wie viel haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Zehn schon. Nummer elf. Ach, wieder was für die Lippen. Voluminizing Lip Booster. Gut, man muss dazu sagen, Catrice hat natürlich auch viele Lippenprodukte. Der hat so ein bisschen Lametta, geht auch so mehr ins Pink, obwohl so, ja, schön, sieht schon schön aus, ne? Seht ihr? Das ist die Nummer 200, Every Berries Darling. Ein, oh Gott, kann man nicht lesen. Ja, aber den lasse ich auch zu. Ich habe viele Lipglosse und da können sich jemand anderes drüber freuen. Ja, den möchte ich jetzt so auch nicht behalten. Das ist das fünfte Lippenprodukt, wa? Ja. Okay, ein Lipgloss hatten wir noch nicht, aber jetzt ist auch genug. Kommt da jetzt noch ein Lipgloss oder so? So, jetzt möchte ich mal, was ist das denn? Oh, das ist schön. Den hatte ich mal oder habe den auch noch. Von Catrice, den Hydro, die Puffing Eye. Genau, die haben ja auch viele pflegende Sachen, Catrice. So was wünschte ich mir dann auch, ne? Klar, das sind teurere Geschichten. Aber ich finde, eine Marke muss auch mal so ein Highlight reinpacken. Und nicht nur am 6. oder am 24. Auch mal ruhig am 3. oder am 11. Kann man da auch mal irgendwas Schönes reinpacken. Ich meine, es kann sich ja noch steigern, aber wir sind jetzt schon, glaube ich, bei Produkt Nummer 11. Der hat eine Kugel. Ich lasse den jetzt mal zu, weil sowas habe ich. Da wird sich jemand, seht ihr, ne? Das ist sowas Kühlendes. Das ist wirklich schön, sowas mit 1,5% Hyaluron. Das ist jetzt auch nichts gegen Catrice so. Nur die, es fehlt mir so ein bisschen, also es kommt mir so vor, als wird nicht richtig drüber nachgedacht. Weil, die wissen ja auch, dass viele YouTuber, die vorher schon unboxen, ne? Ja, mich einbegriffen jetzt, aber das wird auch der einzigste sein. Aber ich sehe auch halt, ne? Es ist, naja, wir gucken weiter. Aber das ist ein schönes Produkt, da freut sich auch jemand drüber. Nächstes. Oh, endlich, endlich, was, was, was ich eben sagte, auch ruhig mal sowas. Ein Blush, ein Glowing Multicolor Blush. Schaut mal, wunderschön. Und ich glaube, den habe ich noch nicht. It's Wine O'Clock, die 020. Ich bin mir aber auch jetzt nicht sicher. Den kann man so aufmachen. Bevor ich da drin rumwurstel, also ich finde, das sieht schön aus, ne? Der wird auch ein bisschen leuchten, denke ich. Wunder, wunderschön. Es gibt bestimmt so ein frisches Rosa auf den Lippen. Auf den Lippen. Warte, ich brauche einen Schluck Kaffee. Steht hier denn? Ein Schimmerpuder Rouge, ja. Ich muss, ich will erst gucken wirklich, ob ich den schon habe. Wenn ich den nicht habe, behalte ich ihn. Wenn ich den aber schon habe, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wenn ich ihn nicht habe, behalte ich ihn. Weil das, sowas, das ist schön, Catrice. Ja, endlich mal. Und jetzt habe ich, oh, das ist bestimmt Türchen 24 oder so gewesen, vermute ich mal. Move. Also ich würde es in 24 jetzt reinpacken, weil das ist ja schon, ne? Oh ja, habe ich die schon? Boah, weiß ich auch nicht. Das ist eine von, da muss ich auch gucken. Da bin ich auch jetzt überfragt. Das kann ich, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist die 010 Glorious Rosé. Die sind schön, die Paletten. Wunderschöne mit Highlighter und mit Base, so wie ich es mag. Mit einem dunklen Ton, mit einem Ton zum Vorbereiten für die Lidfalte. Was Schimmerndes auf dem Auge zum Highlighten. Also eine wunderschöne Palette, die jedem steht. Da kann jeder einen Look rausschminken. Nur wie gesagt, da bin ich ehrlich, da weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich die Palette schon habe. Also ich finde sie wunderschön und das ist halt ein Produkt, das passt eigentlich, das könnte jedem, glaube ich, gefallen. Das ist was Schönes. Hier steht drauf, die Formel ist Mikroplastik und Partikel, irgendwas free. Ja, schön. Das ist, Daumen hoch. So, jetzt habe ich wieder was. Ah, den habe ich. Okay, den reiche ich dann weiter. Obwohl, meiner hat, glaube ich, schon Hitze Pan. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht behalte ich ihn auch, aber es ist die 010 Universal Shade. Ein silikonfreies, ultrafeines Puder, der die Poren und feinen Linien optisch minimiert. Die Haut perfekt mattiert und das Make-up fixiert. Ja, passt sich dem Hautton an. Und mit Spiegel und ja, sieht so aus. Da könnte man erst so meinen, oh nö, aber es ist wirklich so, es passt sich an. Und er mattiert auch länger. Also auch gerade jetzt, wo es noch wärmer war, im Sommer habe ich den auch getragen. Den habe ich aber definitiv. Ich finde den, das ist wirklich ein tolles Puder. Ja, Catrice, habt ihr was Schönes reingepackt? Da muss ich auch nochmal in mich gehen, ob ich ihn behalte als Backup. Aber eigentlich habe ich genug Puder. Und sowas, silikonfrei, ist schon ein tolles Ding. So, jetzt haben wir als nächstes ein Lippenprodukt. Es hat so schön jetzt was, aber gut. Wieder was Voluminierendes, einen Lip Booster. So, der ist so leicht milchig. Ähm, ja. Der sieht ganz nett aus. Ice Ice Baby, die 190. Behalte ich jetzt auch nicht. Boah, wie viele Lippenprodukte. Was, wie viel kann man reinpacken, Catrice? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Sechs mal Lippe. So, was haben wir noch? Glaube nicht mehr ganz so viel. Oh, das ist immer nice. Aber ich konturiere nicht. Eine Konturpalette von Catrice. Aber ein tolles Teil. Schaut mal. Die ist mir auch, also ich glaube, die ist, die ist auch zu. Kontur, Bronze und Highlight. Ja, steht hier drauf, ne, hier unten so. Und die ist noch verschlossen. Da sieht man halt, wie man das macht am besten. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, die bleibt auch noch zu. Ähm, die werde ich nicht benutzen. Ähm, es sind schöne Töne, durchaus. Die könnte man auch irgendwie zweckentfremden fürs Auge. Aber ist für mich jetzt halt, es ist schön, dass man sowas reinpackt. Keine Frage. Aber jetzt für mich speziell kein Highlight, weil ich halt nicht konturiere. Wow, das finde ich, sowas ist genial. Ein Energy Super Fruit Perfection Serum. Ich habe ja zigtausend Serien, auch viele von Catrice. Aber ich glaube, das habe ich noch nicht. Ich glaube, das ist eins der neueren. Ja, das habe ich noch nicht. Mit Blue Light Protection. Vitamin E, Goji und Akai. Ähm, hier steht drauf. Vitalisierendes Gesichtsserum mit Superfruits. Schützt die Haut vor Stress. Induziert durch blauem Licht von digitalen Geräten. Verträglichkeit. Okay, wir werden es mal einmal. Ich finde das schön. Glastiegelchen. Milchiges Ding. Da ist aber nichts drin, glaube ich. Müssen wir es raufpumpen. Riecht eigentlich nach nichts. Ich habe ja jetzt schon Puder im Gesicht. Ich zeige es euch mal. Ist so ein dünnflüssiges Serum. Ne, es riecht ganz leicht. Ist aber auch, ach, das ist super leicht, das Serum. Schön. Zieht sehr schnell ein. Ja. Ne, das hatte ich noch nicht mit diesem Blue Light. Das muss eins der neueren Serien sein. Und habe ich mir damals nicht geholt, weil, ähm, aber das behalte ich jetzt. Das ist schön. Ne, das behalte ich so. Ähm, genau. Das bleibt raus. Da freue ich mich drüber. Dann haben wir, oh, mal die Nagellack. So ein Morfton, wa? Schön. Schöne Farbe. Aber solche Farben habe ich schon. Und ich lackiere im Moment ja selber. Klar, ich könnte jetzt hier auch einfach über meinen UV-Lack einfach Nagellack packen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lackiere ich mit acetonfreiem Nagellackentferner wieder ab. Ähm, das ist die 102 Ready Set Taupe. Es kann sogar sein, dass ich den habe. Der wird auch weiter wandern. Ist jetzt nicht so eine Farbe, wo ich sage, jo, die habe ich auf keinen Fall. Oh, war's das? Ne? Wir haben noch ein Nagellack. Äh. Ja. Was ist denn das für eine Farbe? Hier, schaut mal. Okay, das ist so, ich würde sagen, ein dreckiges, beige, ins grünlich gehende Irgendwas. Ähm, die 116 Fly Me To Kenia. Ich glaube, den behalte ich mal. Ähm, deshalb zeige ich euch jetzt auch das Bürstchen. Weil so eine Farbe, so ein komisches, dreckiges Irgendwas habe ich noch nicht. Die Bürste ist schön. Schaut mal, der Pinsel. Der ist vorne abgerundet und ist eigentlich für, super für die Nägel. Also für mich jetzt. Warum rieche ich am Nagellack? Aber so eine komische Farbe habe ich noch nicht. Deshalb behalte ich die. Die ist komisch interessant. Ähm, schön wieder drauf. Na, willst du nicht? Na, ist ein bisschen störrisch, der Kleine hier. Das ist nicht richtig. Der ist schräg drauf. Boah, sowas hasse ich ja, ne? Heute Morgen im Auto, ich hatte mir so einen Kaffee gemacht, in der Thermoskanne. Ich kriegte den Deckel nicht. Kennt ihr das? Dann schraubst du und schraubst immer wieder schräg drauf. Egal, komm, wird schon passen. Den behalte ich, weil bei so vielen Nagelacken, das sind jetzt Nagelprodukte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Nagelprodukte. Einen muss ich ja behalten. Ich glaube, wir sind bald durch. Ein bisschen was ist noch. Oh, eine Allround Mascara. Ich glaube, die habe ich. Ich bin mir nicht sicher. Schöne lila Verpackung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, extra Volumen. Ich lasse die mal noch zu. Mascara für Volumen, Länge und Schwung. Ja, Mascara geht ja immer. Und Catrice-Mascaren sind, ich kann mich jetzt an keine erinnern, die grottenschlecht war. Ich gucke jetzt erstmal. Also, aber da kann sich auch jemand anderes zu. Aber Mascara finde ich toll. Hat Catrice wirklich gute Mascaren. Daumen hoch. Oh, ein Monolidschatten. Ihr wisst, früher habe ich die gesammelt. Jetzt gucke ich wirklich spezifisch auf Spezielle. 350 Frosted Bronx. Ne, den habe ich glaube ich noch nicht. Da seht ihr, die haben sowieso Punkte. So ein bisschen marmoriert sieht das aus. Den behalte ich. Komm. Ist der zu? Den Swatchmel, weil den habe ich noch nicht. Das wüsste ich. Der will aber nicht aufgehen. Du Lümmel. Muss ein bisschen auf die Uhr gucken, aber wir sind noch gut in der Zeit. So, ne. Oh ja, fühlt sich schön an. Ja, Catrice hat ja leider, leider die Monolidschatten stark reduziert, was ich sehr, sehr schade finde. Das ist ein sehr, sehr helles Bronz irgendwas. Also es ist mehr so ein, ja, dunkles Champagner. Hat auch ein paar gröbere Bröckchen, was ich eigentlich nicht immer so schön finde. Aber so zum Highlighten mal, hier so im Augeninnenwinkel, könnte ich mir das jetzt gut vorstellen. Ja, ist jetzt nicht so eine spektakuläre Farbe, gut, aber man, die Leute, die denken sich wahrscheinlich auch, jetzt hau mal nicht ganz so in den Farbtopf, weil das ja viele auch verschreckt. Ich habe heute einen sehr, sehr bunten unteren Wimpernkranz. Generell bin ich ein bisschen hier und da bunter ausgefallen heute. Aber gut, Monolidschatten. So, wie gesagt, da kann Catrice ruhig mal wieder mehr rausbringen. Ein bisschen weniger Lippenprodukte, dafür ein paar mehr Lidschatten. Dann haben wir noch den dritten von dieser Power Plumping. Haben sie die rausgenommen? Läuft die nicht gut oder warum ist sie im Kalender gelandet? Warum gleich dreimal? Was ist denn das? Das ist halt auch die Flower and Herb Edition, die 0,30. Ja, 0,30. Was war das? 0,40. Das scheint mir, wahrscheinlich ist das so eher meine Farbe. Das sieht mir aus wie so ein, ich mache ihn mal auf. Wir müssen ja nicht swatchen, wenn ich den verschenken will. Ich mache mal hier das Dingen offen. Ja, wir gucken mal. Oh nee, das ist doch auch so ein rötlicher. Ich dachte, der wäre mehr so Dunkelrosé-Beerenfarben. Ne, den mache ich wieder zu. Da darf sich jemand anders drüber freuen. Rottöne stehen, ja, sind schön, aber nicht unbedingt, was ich im Alltag auftrage. So, ich glaube, ich habe jetzt das letzte Produkt. Jawohl, der Karton ist dann leer. Wieder ein Monolidschatten. So, zweimal Mono, also Catrice, statt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lippenprodukte. Sieben Lippen und ich glaube auch sieben Lacke, hättet ihr da mal ein bisschen reduzieren können. Und irgendwas, einen Bronzern, schön. Ihr habt so schöne Highlighter. Ihr habt noch andere Pflegeprodukte. Also, oder ruhig nochmal eine andere Mascara zum Ausprobieren. Für die Augen, speziell Augenbrauen, war ja jetzt nur hier dieser komische Stift. Naja, okay. Blazing Berry, die 370 haben wir hier. Ein Beeren-Ton. So, den swatche ich jetzt mal, weil den meine ich, habe ich auch nicht. Und wenn, ist es nicht schlimm. Oh, ist aber ein bisschen mau. So, also. Das ist ein sehr, sehr schön, also die leuchten richtig toll. Richtig schön, fast so ein Nasseffekt würde ich sagen hier. Sieht man auch auf dem Finger. Ja, ein schöner Beeren-Ton, der wunderbar strahlt und leuchtet. Den behalte ich jetzt auch, ist ja klar. Ja, und das war es, ihr Lieben. Also, ich sage mal so, ich weiß jetzt nicht, was die, was man, Ich finde, ähm, komm, das kommt gleich eh in Müll. Ja, ist jetzt leer, ne. Ich zähle jetzt auch nicht durch. Wird wohl, das werden wohl 12, äh, 24 Produkte gewesen sein. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte mir doch ein bisschen mehr gewünscht an Abwechslung. Die Produkte sind gut, ne. Auch die Lippenprodukte werden hier auch dieses hier, ähm, das, das, das wird bestimmt nicht schlecht sein, ne. Das sind gute Produkte, auch die Lacke, wie gesagt. Aber warum packt man, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, waren noch sieben, ne. Ist ja auch egal. Aber ich finde, ich finde, es, es häufen sich die Sachen dann, ne. Und das ist dann nicht schön. Wenn ich dann ein Türchen öffne, sagen wir mal, Türchen Nummer zwei ist ein Lack. Türchen Nummer fünf oder vier ist auch schon wieder ein Lack. Dann denkst du dir, hm. Man wünscht sich, finde ich, in einem Kalender mehr Abwechslung. Ähm, wenn, wenn eine Catrice, eine kosmetische Marke, ein Kalender rausbringt, dann würde ich, wenn ich sowas kreiere, wenn ich mit Spracherecht hätte, würde ich sagen, pass mal auf, wir müssen das irgendwie so hinkriegen, dass derjenige sich hinterher so ein Fullface-Make-up schminken kann. Sprich, ich hätte, ähm, gut, wir haben ein Puder. Ich hätte vielleicht aber noch eine leichte Foundation, ähm, 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 ja, irgendwie sowas noch mit beigepackt, ja. Es ist kein Primer drin. Catrice hat wunderschöne Primer. Es ist, ich hätte wirklich, man muss dann doch sagen, derjenige will sich vielleicht dann mit den Produkten auch richtig schön schminken. Und das geht halt hiermit nicht, weil wir haben, ja, ich konturiere mich jetzt nicht, ne. Also mir fehlt jetzt hier einfach, ähm, die Produkte, die ein Fullface ausmachen, weil ich finde, darauf sollte man aus sein. Das sind Produkte, die sind bestimmt nicht schlecht, wie gesagt, ähm, aber das meiste werde ich weiterreichen, weil ich die Sachen schon habe oder damit nichts anfangen kann, weil es nicht meine Farbe ist. Aber sieben Lippenprodukte, also sagt mir eure Meinung. Es sind nicht schlechte Sachen, es sind gute Sachen, aber es ist keine Abwechslung. Es ist, äh, der, äh, nee. Das, da fehlen mir die Produkte, die ein Fullface ausmachen. Also da hätte man wirklich zwei Lacke, okay. Zwei Lacke lasse ich ja so stehen. Einen reparierenden, eine Farbe. Meinetwegen ein Lipgloss und zwei unterschiedliche Lippenfarben. Aber nicht sieben Stück. Ähm, wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also ich wäre jetzt ein bisschen, ah, das ist nicht meine Farbe hier auf den Lippen. Ne, ah, shit. Habe ich mir genau die Verkehrtauffelippen geballert. Egal. Ähm, aber den finde ich schön hier, den Power Five. Das war auch einen Ticken hell, aber, äh, der, der ist angenehm auf den Lippen. Also, mein Fazit ist, ich weiß, wie gesagt, es wird bestimmt ein Kalender sein. Was wird der gekostet haben? Ich schätze mal schon über 20 Euro, oder? Ähm, dann sollen sie doch ruhig 5 Euro draufschlagen, aber dann nochmal ein paar teurere, interessantere Produkte reinpacken. Weil so hätte mich Catrice jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt die Marke gar nicht so kennen würde, würde mich das jetzt nicht vom Hocker hauen. Und es ist jetzt nicht Essie oder ein reiner, es ist ja keine reine Nagellackfirma. Und es kommt mir so vor, wenn ich die ganzen Lacke hier sehe, dann denke ich, habe ich jetzt hier einen Essie-Nagellack-Adventskalender? Wisst ihr, wie ich meine? Oder einen Lippenpflegestift, äh, Lippenkalender? Äh, egal. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also, so Produkte wie dies hier, dieser komische Augenbrauen-Pensel, wer benutzt denn sowas? Das sieht doch, naja, die Farbe, ich werde es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass ich das toll finde. Also, ich würde, wenn ich eine Schulnote vergebe, dann würde ich sagen, 3 minus bis 4. 4 plus, 3 minus, eher 4 plus. Ja, ausreichend. Es reicht aus in meinen Augen, aber weil ich auch jetzt mehr über Catrice weiß und, ja, sagen wir knappe 3 minus, eine knappe 3 minus. Also, da müsste, das, die Abwechslung fehlt mir einfach. Das, äh, immer wieder Kern der gleichen Produktart wie Nagellack und Lippenpflegestift ist, war mir zu, zu viel. Da hätte man noch interessantere, tolle Sachen reinpacken können, Catrice. Ja, wenn ihr das Video seht, schickt mir doch nächstes Jahr ruhig mal einen zu, nochmal so einen Kalender hier. Ähm, und dann wollen wir mal gucken, ob ihr meine, ähm, Worte beherzigt so ein bisschen und vielleicht mehr Abwechslung bieten könnt. Weil ich finde, ähm, gerade wenn ich sowas vielleicht verschenke und in Tüten packe, dann bin ich auch hin und her gerissen, weil, dann hast du fast jeden zweiten, dritten Tag Nagellack. Ist, ich brauche, ne, ich brauche Abwechslung. Ist meine Meinung? Ja. Und das war es jetzt. Hart, aber herzlich. Ihr Lieben, das nächste Video wird, sehr wahrscheinlich mein Edelstein Haul Video, wahrscheinlich schon Mittwoch. Mal gucken. Die Woche ist ein bisschen vollgepackt mit Terminen, aber wir kriegen das hin. Ich freue mich immer, wenn ihr einschaltet. Ihr wisst, ich bin ehrlich, ich bin so, wie ich bin. Ähm, und ihr schreibt mir jetzt mal bitte, ja, hätte euch dieser Kalender gefallen? Oder sagt ihr auch vielleicht, ja, an sich schöne Produkte, aber die Abwechslung ist, ne, ich bin, ich bin gespannt. Schreibt mir eure ehrliche Meinung. Dafür sind wir hier. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Bewertungen, ihr Lieben, ich entlasse euch jetzt. Ich freue mich sehr, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.